Du stehst kurz vor deinem Jahresurlaub? Hier habe ich drei wichtige Tipps für dich, die du unbedingt beachten solltest. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. In diesem Video möchte ich dir als Arbeitnehmer ein paar Tipps geben, die du vor deinem anstehenden Jahresurlaub unbedingt berücksichtigen solltest. Tipp Nummer 1, der Urlaub muss erstmal genehmigt werden. Ihr kennt vielleicht die Situation, ihr habt einen Urlaubsantrag gestellt, die Ehefrau hat schon den Urlaub gebucht, war ja klar, wann ihr gehen wollt, zwei Wochen Malle, all inclusive, super und so zwei, drei Wochen vorm Urlaub, fällt euch dann auf, ich habe den Urlaubszettel noch gar nicht zurück und ihr geht zu eurem Vorgesetzten und sagt, ich hätte gerne noch die Bestätigung für den Urlaub und dann sagt er, ja, also tut mir leid, Herr Mayer, in der Zeit ist echt schlecht. Ja, also erstmal haben wir in der Abteilung ja Kollegen, die haben schulpflichtige Kinder Müller, die wollen natürlich unbedingt in den Sommerferien dann auch in den Urlaub, weil die können ja nicht außerhalb der Ferien und es sind noch zwei Kollegen krank, Sie wissen doch, der Herr Müller und der Herr Schulze, die fallen ja schon länger aus, also sie können in der Zeit den Urlaub leider nicht nehmen, ich kann Ihnen aber zwei Wochen später Urlaub geben, da ist viel entspannter, verschieben Sie doch bitte den Urlaub auf die Zeit. Ja, was ist denn dann? Dann habt ihr echt ein Problem, denn ihr könnt nicht nur einfach einen Urlaubswunsch äußern, sondern ihr müsst tatsächlich darauf warten, dass der Arbeitgeber den Urlaub genehmigt und es ist tatsächlich so, dass Eltern von schulpflichtigen Kindern bei der Urlaubsgewährung vorgehen können. Der Arbeitgeber muss nämlich bei der Urlaubsgewährung nach billigem Ermessen auch alle Interessen seiner Arbeitnehmer berücksichtigen. Es ist ja völlig klar, dass nicht alle Arbeitnehmer gleichzeitig Urlaub nehmen können, es sei denn, es gibt eine Betriebsschließung, einen Betriebsurlaub, das geht dann natürlich schon, das kann der Arbeitgeber sogar einseitig anordnen, aber in der Regel muss ja jemand da sein, der arbeitet. Und wenn dann eben Sommerferien sind, haben die Kollegen in der Regel Vorrang, die auf die Sommerferien angewiesen sind. Aber was könnt ihr denn dann machen? Auf keinen Fall dürft ihr eigenmächtig den Urlaub antreten. Das kann sogar ein Grund für eine fristlose Kündigung sein. Ihr solltet vielleicht mit dem Arbeitgeber nochmal sprechen, vielleicht sieht er doch noch eine Möglichkeit, dass er einen Kollegen aus einer anderen Abteilung vielleicht an eure Stelle setzt oder so. Oder ihr versucht es mit einem Eilantrag beim Arbeitsgericht. Da solltet ihr zu eurem Facharwalt für Arbeitsrecht gehen, der berät euch da. Nur der Eilantrag beim Arbeitsgericht auf Gewährung von Urlaub, das muss ja eine schnelle Entscheidung sein, ihr seid ja kurz vor dem Urlaub, der hat auch nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Arbeitgeber euch den Urlaub eigentlich hätte geben müssen. Und es gibt eben Gründe, warum ihr da nicht in Urlaub gehen könnt, weil eben Kollegen nicht da sind und irgendwer da sein muss. Das heißt, in diesen Fällen bitte mit der Urlaubsbuchung warten, bis die schriftliche Bestätigung oder die mündliche Bestätigung des Urlaubs da ist. Denn wenn der Arbeitgeber den Urlaub einmal gewährt hat, dann ist er an diese Urlaubsgewährung auch gebunden, die ist verbindlich und kann nicht rückgängig gemacht werden. Tipp Nummer zwei. Der Urlaub ist genehmigt. Ihr seid auch schon im Urlaub, seid am Urlaubsort angekommen, schön an der Bar mit einem Cocktail, vielleicht alkoholfrei und vielleicht auch am Strand. Ihr liegt da auf dem Sonnenstuhl und genießt die Sonne und so weiter. Kommt ein Anruf von eurem Chef. Ah, Herr Müller, Sie müssen unbedingt zurückkommen. Wir haben hier ein Riesenproblem. Wir brauchen Sie. Zwei Leute sind krank geworden. Tut mir leid, Sie müssen aus dem Urlaub zurückkommen. Geht das? Ich hatte eben schon gesagt, wenn der Urlaub einmal genehmigt ist, ist er verbindlich. Und es ist tatsächlich so. Der Arbeitgeber kann das nicht einseitig wieder rückgängig machen. Es gibt nur ganz wenige, ganz krasse Ausnahmefälle, wo man als Arbeitnehmer wirklich aus dem Urlaub zurückkehren muss. Und das sind solche Fälle, wenn das Unternehmen ansonsten pleite zu gehen droht, weil ihr fehlt, beispielsweise, weil ihr die einzige Person im Betrieb seid, die irgendeine bestimmte Fähigkeit hat oder so. Aber das ist wirklich, also in einem von tausend Fällen oder in einem von zehntausend Fällen kann man das mal konstruieren. In der Regel ist Urlaub gleich Urlaub. Ihr müsst auf keinen Fall zurückkommen, wenn der Chef euch ruft. Ihr müsst noch nicht einmal Anrufe beantworten. Ihr müsst auch keine E-Mails lesen, WhatsApp-Nachrichten, SMS oder irgendwelche anderen Benachrichtigungen. Ihr müsst überhaupt nicht reagieren. Ihr müsst eurem Arbeitgeber nicht einmal sagen, wo ihr Urlaub macht. Also ihr braucht keine Adresse hinterlassen, wo ihr dann erreichbar seid. Urlaub ist Urlaub, den kann euch keiner nehmen. Tipp Nummer 3. Jetzt seid ihr im Urlaub, endlich Urlaub und werdet krank. Wer kennt das nicht? Der ganze Stress fällt ab und plötzlich Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber. Man liegt irgendwie vier Tage mit Grippe im Bett. Was macht ihr denn dann? Der Urlaub ist natürlich nicht schön. Ja, und es wäre doch gut, wenn ihr diese Tage irgendwie wieder zurückholen könntet. Ja, das geht. Es gibt eine Vorschrift im Bundesurlaubsgesetz, das ist § 9 Bundesurlaubsgesetz, die besagt ausdrücklich, wenn der Arbeitnehmer im Urlaub krank wird und eine ärztliche Bescheinigung zu dieser Erkrankung vorlegt, dann muss ihm dieser Urlaub auch wieder gut geschrieben werden. Das bedeutet, ihr müsst nicht einfach nur Bescheid geben, Chef hier, ich bin jetzt mal drei Tage krank, das alleine genügt nicht, sondern ihr braucht eine ärztliche Bescheinigung. Das ist in Deutschland, also im Inland inzwischen über diese elektronische Bescheinigung geregelt. Ihr müsst auf jeden Fall zum Arzt gehen und ihr müsst dem Arbeitgeber dann sofort mitteilen, dass ihr krank seid und der kann dann die AU-Bescheinigung abrufen. Im Ausland gilt dieses elektronische Verfahren nicht. Auch im Ausland müsst ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen. Lasst euch bestätigen, dass ihr arbeitsunfähig seid und mit der Bestätigung bekommt ihr am Ende dann die Urlaubstage wieder gut geschrieben. Wichtig ist aber auch, ihr bekommt die Urlaubstage gut geschrieben. Ihr bekommt die nicht hinten dran gehängt. Also ihr dürft auf keinen Fall einfach länger wegbleiben, weil ihr sagt, die Zeit dazwischen zählt ja nicht. Ihr seid ja nur freigestellt von der Arbeitsverpflichtung zu Erholungszwecken für einen bestimmten Zeitraum, den ihr vorher beantragt habt. Also wenn ihr dann eigenmächtig den Urlaub verlängert, kann das auch ein Grund für eine fristlose Kündigung sein. Jedenfalls aber gibt es Ärger mit dem Arbeitgeber. Also ihr solltet das auf jeden Fall abstimmen. Wahrscheinlich wird der Arbeitgeber sagen, ja, sie können dann später im Jahr den Urlaub nehmen. Ist doch gut, dann macht ihr später nochmal Urlaub. Die Urlaubstage sind also nicht verfallen und die Urlaubstage bleiben euch erhalten. Aber ihr müsst diesen neuen Urlaub dann wieder mit dem Arbeitgeber abstimmen. Übrigens kleiner Funfact am Rande. Wenn ihr jetzt nicht Urlaub habt, sondern ihr habt Überstunden, also ihr habt ein Zeitkonto und macht einen Tag frei und sagt, ich gleite jetzt mal die Zeit ab da und ihr erkrankt an dem Tag, dann werden euch die Stunden leider nicht wieder gutgeschrieben. Denn dann erkrankt ihr nicht im Urlaub, sondern in der Freizeit. Und das ist leider Privatsache. Wenn ihr Fragen zum Urlaub habt oder andere Fragen zum Arbeitsrecht, unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht beantworten die gerne. Wir bieten auch eine kostenlose Erstberatung an. Ihr könnt kurzfristig auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wir helfen euch da gerne weiter. Auch in anderen Rechtsthemen sind wir für euch da. Abonniert unseren Newsletter. Guckt mal bei Social Media, da haben wir immer aktuelle Informationen für euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuseht und wir freuen uns auch, wenn ihr uns mal ein Like gebt oder vielleicht noch abonniert. Bis dann.